Herzlich willkommen beim Wetter. Der Tag begann vielerorts richtig freundlich. Viel Sonnenschein, nur ein paar harmlose Wolken. Zum Teil schienen die Sonne heute auch knapp 9 Stunden. Und es wurde sommerlich warm, vor allem in Ostsachsen. Hier zum Teil Temperaturen bis zu 28 Grad. Allerdings im Laufe des Tages erreicht uns dann doch von Westen eine Kaltfront. Und die hat es ganz schön in sich. Zum Teil waren da heftige Gewitterbrummer mit dabei. Zum Beispiel in Strauch am Nachmittag in Sachsen. 17 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in kurzer Zeit. In Gasebach beim Meißen fiel die Temperatur. Mit einem Gewitterguss 10 Grad von 25 auf 15 Grad. Und im Moment liegen hier noch Schauer über uns. Vereinzelte Gewitter sind eingelagert. Die ziehen allmählich nach Osten. D.h. in den nächsten Stunden wird es v.a. in Sachsen zum Teil noch nass. Zum Teil wird es auch kräftigen Platzregen geben. Dann danach wirklich nur noch einzelne Schauer, die hinterherziehen. Morgen ist die Luft dann ganz anders. Hinter einer Kaltfront ändert sich meist das Wetter rapide. So auch morgen. Denn die Strömung kommt dann aus Nordwest. Wir müssen uns also deutlich wärmer anziehen. Zum Teil Temperaturen 10 Grad weniger als heute. Dabei kämpfen morgen dieses Hoch gegen dieses Tief. D.h. das Wetter ist so ein bisschen durchwachsen. Wir sitzen zwischen den Stühlen. Mal Sonnenschein, mal Wolken. Aber einzelne Schauer sind nicht auszuschließen. Und man sieht ja auch, die Isobaren sind relativ gedrängt. D.h. morgen wird schon fast ein bisschen herbstlich. Der Wind frischt auf, lässt die Temperaturen tiefer erscheinen. Und in den Bergen sind sogar Sturmböen mit dabei. Jetzt am Abend, wie gesagt, v.a. im Osten Sachsens. Zum Teil noch Schauer und Gewitter, die örtlich heftig ausfallen. Dann beruhigt sich allmählich das Wetter von Westen her. Die Wolken lockern auf. Und es geht ganz gut runter mit den Temperaturen. Man kann also sein Schlafzimmer gut durchlüften. Bei Tiefstwerten von 12 bis 4 Grad. Allerdings, der Wind wird ordentlich auffrischen. Morgen, wie gesagt, mal Sonne, mal Wolken. Am Nachmittag einzelne Schauer, dazu windiges Wetter. Temperaturen von 11 bis 20 Grad. Und in den nächsten Tagen wird es wärmer, aber deutlich wechselhafter. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.